Hallo liebe Freunde des Spur G-Blocks, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute kann ich euch eine aktuelle Formneiheit von Pico vorstellen. Unter der Artikelnummer 37830 hat Pico einen Behelfskesselwagen auf den Markt gebracht. Der Wagen basiert auf der bekannten Zweiachserplattform von Pico. Schauen wir uns das Modell einfach mal an. Der Wagen ist ab Werk mit Kunststoffradsätzen ausgerüstet. Die Abflusshähne sind in einer kleinen Plastiktüte sicher verpackt und lassen sich ganz leicht an das Modell anbringen. Die Abflusshähne sind in einer kleinen Plastiktüte sicher verpackt. Mögelindropa In die Abflusshähneindropa Die Abflusshähne Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020